Die meisten Heiligen und Rosenkranzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Piatus, kreuzigt, gestorben und begaben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zur Rechten, die Liebenden und die Toten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Das erste Geheimnis Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Das zweite Geheimnis Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, erzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Das dritte Geheimnis Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, die Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Das vierte Geheimnis Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Das fünfte Geheimnis Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Sage grüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Süßigkeit, unsere Hoffnung, sage grüßt. Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tale der Tränen. O wende unsere Fürsprecherin, deine mitleidigen Augen uns zu, und zeige uns nach diesem Elenden Jesum, die benedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Bitte für uns, o Königen, vom heiligsten Rosenkranzer. Lasst uns beten, o Gott, dessen eingeborener Sohn durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung uns die Belohnung des ewigen Lebens verdient hat. Verleihe uns, wir bitten dich, dass wir, indem wir die Geheimnisse des heiligen Rosenkranzes der allerseligsten Jungfrau ehren, was sie enthalten nachahmen und dadurch erlangen, was uns in denselben verheißen ist. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Für unseren heiligen Vater, den Papst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.